Ja, Leute, seid gegrüßt. Der Master Olli hat wieder ein neues Video gemacht und möchte euch es gerne zeigen. Ja, lasst uns anfangen. Los geht's. So, heute geht es um King Rendor und seine Palastwachen, die Palace Guides. Ja, die sind ja von den Origins erschienen. Und der King Rendor, der soll erscheinen. Der ist schon in manchen Shops gelistet. Zum Beispiel bei Stefans Spielplatz. Aber man kann ihn da noch nicht kaufen. Er hat ihn noch nicht da. Jo, jetzt möchte ich euch mal meine Palastwachen zeigen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Palastwachen eigentlich ziemlich cool. Aber ich verstehe die Philosophie von Mattel jetzt da nicht so wirklich. Wieso bringt man eine Figur, die mittlerweile stellenweise für 35 Euro verkauft wird. Ja, und viel, viel billiger habe ich sie auch noch nie gesehen. Es ist und bleibt eine Origins-Figur mit einem Wechselkopf und einer Wechselrüstung, woraus man sich ein Man-at-Arms dann machen kann. Und so ein richtiger Man-at-Arms ist es ja dann auch nicht, weil, ähm, ja, bei dem Man-at-Arms die Helm-Applikationen, die er sonst hat, nicht wirklich übereinstimmen. Jo. Also habe ich mir gedacht, ich mache mir die Palastwachen selber. Ihr seht, die Bewaffnung ist identisch wie bei den Original-Palastwachen, nur ich habe sie nicht bemalt. Ich habe sie einfach in dem Vintage-Look gelassen. Ja, die Grundfigur ist tatsächlich ein Man-at-Arms und, äh, den Gesichtsschutz habe ich aus Green Stuff geformt. Ihr seht, er ist ein bisschen unregelmäßig, aber, äh, wenn man ihn so da sieht, äh, ich finde das Ding cool. Also für mich reicht der vollkommen aus. Ja, der Knopf, die Kenner sehen, der Knopf ist nicht rot. Den habe ich auch nicht rot gemacht. Brauche ich nicht unbedingt. Ja, das Schulterpolster, das eine hier, das ist eigentlich aus dem Mund, äh, aus dem, äh, Mundschild, äh, Gesichtsschild, den Man-at-Arms hat. Und, äh, den habe ich da, ja, da dann dran gearbeitet, dass er genügend, äh, Schoner hat. Weil diese, das Schwierigste ist, wenn man die selber macht, ist, dass man, ja, diese Rüstungsteile halt nicht bekommt. Die sind halt dann in der Packung schon drin. Das ist der zweite. Der sieht ein bisschen anders aus. Der hat also tatsächlich die Man-at-Arms-Rüstung an. Ja, hat auch wieder eine selber, ein selber gemachtes Visier vor dem Gesicht und hat auch wieder diese Vintage, äh, Bewaffnung. Ne, auch kein roter Knopf. Ich habe es weggelassen. Muss nicht unbedingt sein. Ich finde die, ich finde die so schon echt cool. Also, ich finde, das reicht so. Ja, nun kommen wir zum King Rendor. Der ist ja wirklich angekündigt und das ist, ja, auch ein Custom King Rendor. Er hat eine Ninjur-Rüstung vom King Rendor. Ich weiß, die ist ein bisschen anders, aber ich wollte die vom, äh, hierzu nicht noch bemalen, irgendwie noch anders gestalten. Ich finde, die Gold-Applikationen passen auch wunderbar zum King Rendor. Ja, der hat ein Speer, äh, dabei und ein Schild. Äh, von der Grundbemalung her ist er genau so, wie er dann auch erscheinen wird. Außer, dass der Umhang länger sein wird als dieser Umhang. Dieser Umhang ist kürzer. Ja, sieht aber trotzdem deswegen nicht viel schlechter aus. Ja, dann zeige ich euch nochmal hier oben, wie habe ich King Rendor gemacht? Das ist ein He-Man-Kopf. Und dann habe ich mit Green Stuff einfach einen Vollbart dran designt. Und hier oben drauf die Krone, das ist, äh, von einem Playmobil-Männchen eine Krone. Die habe ich, äh, ja, aufgeschnitten und habe sie ihm dann so um den Kopf drum geklemmt und noch ein bisschen mit Green Stuff befestigt, dass sie auch wirklich nicht abgeht. Ich meine, bei dem Original geht sie ab. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem Origins sein wird, aber bei dem Vintage, wenn man da die Krone rausgezogen hat, dann hat er aber wirklich, äh, megamäßige Druckstellen im Kopf gehabt von seiner Krone. Also, dass, dass der dann Kopfschmerzen hatte oder sowas, das, äh, hat mich nicht gewundert. Ja. Ja. Das ist mein King Rendor. Ich freue mich aber auf den Origins King Rendor. Wenn der, äh, wenn der rauskommt, das ist auch ein Pflichtkauf. Ja, die weißen Stulpen und blauen, das ist alles, also, das Farbschema wird so sein. Das wissen wir ja schon, weil es schon Bilder von ihm gibt. Und, äh, ja, wir warten halt nur noch, dass wir ihn kaufen können. Ich weiß jetzt nur nicht, zu welcher Wave er gehören wird, ob, ob der vielleicht auch eine Deluxe-Figur wird, weil, äh, eigentlich ist ja die Wave 9, äh, schon bekannt, wer da, ähm, wer da rauskommt. Soweit ich weiß, ist das der 2000X Skeletor, dann ist das der 2000X He-Man, dann ist das, äh, Pickhead von den Sunmen und, äh, dann, ähm, ist das, wie heißt er denn? Ich hab den Namen vergessen. Äh. Mantener. So, jetzt ist er mir wieder eingefallen. Man, geht euch das auch so, dass man manchmal, dass einem, dass man nicht auf Sachen kommt? Also, man wird auch nicht jünger. Nee, also Mantener. Und Mantener wird eine Hammer-Figur. Ähm, der sieht fast aus wie der Vintage und hat vier Beine. Unabhängig voneinander beweglich. Nicht wie früher. Alle zusammen. Ich hab früher ja manchmal gar nicht, also, es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich wusste, dass Mantener vier Beine hat. Weil das hab ich gar nicht erkannt als Kind. Ja. Ich fand, ich fand nur das Action-Feature cool mit den Augen rausdrücken. Aber das kriegen wir ja. Das wird ja umgesetzt. Ja, Leute. Soviel zum Thema. Palastguards. Also, man kann die sich auch selber machen. Natürlich muss man den Manet Arms kaufen, ja. Aber ich hab die Figuren zu einem Zeitraum gekauft, wo die Figuren 14,99 gekostet haben. Und das ist dann doch schon mal was anderes, als wenn man, äh, eine doppelt so teuer ist. Ja. Es ist super. Und für Sammler ist es spitzenmäßig. Und ich würde das Ding eigentlich auch gerne haben. Wenn ich das irgendwann im Angebot günstig bekomme, hole ich mir so ein. Das ist ganz klar. Aber so lang müssen die Palastgas herhalten. Ja. Okay. Das Video ist jetzt lang genug. Ich zeig euch jetzt gleich, äh, hab ich noch was anderes. Ich glaub, das Video werde ich auch gleich noch drehen. Und das wird dann auch zeitnah veröffentlicht. Ja. Lasst mir ein Abo da. Einen Like lasst mir da. Kommentiert, äh, und schreibt rein, wie ihr das findet. Schreibt rein, wie ihr die Figuren findet. Würde mich freuen. Über jeden Kommentar freue ich mich. Okay. Dann euch allen eine gute Zeit da draußen. Und, äh, ja. Bleibt sammelwütig. Jo. Euer Master Olli. Macht es juhuut. Jo. Euer Master Olli. Macht es juhuut. Und, äh, ja. Bleibt sammelwütig.